Ich finde, WaveUp ist eine mega coole Sache. Sie bauen hier einen super schönen Surfpark in Regensdorf in Zürich. Sie bringen für alle, die sehr gerne surfen, die Wellen näher an die Schweiz. Das ist nicht nur etwas für die ganz Grossen, sondern auch etwas für die Kinder und die Kleinen. Das heisst, gerade ich als Lehrerin könnte zum Beispiel als Schulreise hierher kommen. Es gibt eine mega schöne Umgebung auch hier rundherum mit Barfussweg und allem Möglichen. Und ja, es ist sicher für viele Leute etwas Großes, hier mit dabei zu sein. Und ja, darum finde ich das eine super gute Sache. Unterstützen das Ganze, machen es möglich. Ich würde es cool finden, euch hier 2020 anzutreffen in Regensdorf. Bis dann!